So, hallo und herzlich willkommen hier zu euch on the Black Ops 2. Ähm, ihr wollt euch jetzt wahrscheinlich wieder gewundert haben, warum schon wieder nichts gekommen ist so lang. Das ist einfach daran, dass ich vor bin. Nein, okay, auch. Aber mehr daran, dass ich jetzt übermorgen am Dienstag im Urlaub fahren werde nach Berlin. Und ich folgen brauche und deswegen nehme ich die hier auch gerade auf. So, da waren wir auch die erste dazu, wenn ihr die hier seht, bin ich schon in Berlin. Und, jo. Deswegen ist es gekommen. Ich denke mal, das dürfte auch nichts ausmachen, seit ihr gewohnt von mir. So, ähm, ich bin zurzeit wieder der richtige Kacken, nur mit Black Ops 2, als ich wäre so was, wollen wir kacken. Ich kann das Spiel gar nicht mehr spielen. Ich habe gedacht, ich würde mal ein bisschen abweg so bieten. So, was ist denn mit mir los? Was ist denn los? Loll, da lebt ja noch. Fuck, ich habe euch gesehen. Die Campen. Nein, nein. Die Campen professionell. Kannst du mal gucken? Da hat er noch drin sein. Ich bin mir so sicher. Wie ich es wusste. Wie ich es einfach nur wusste. Noll. Bringst du sie um? Ha. Ja, ich weiß. Ihr müsst mir nicht in die Kommentare schreiben. Ey, du bist voll schlecht. Ey, kack, du bist so hier. Sondern ich weiß, die schlechte, ne? So. Ich wollte mich ja nicht hinlegen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich gerade hinlegen konnte oder ob ich einfach zu spät gedrückt habe. Einfach mal hoffen, dass es nicht an mir liegt. Okay. So, ich bin wahrscheinlich wieder drüben und campen. So vor das Gäste abgestempelt. Ich will sogar mal eine Runde machen. ziemlich kurz, aber ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit ich weiß nicht mal, wie lange ich jetzt noch am PC darf und dann fahren wir ja schon übermorgen irgendwann ganz in der Früh los und da will ich nicht eingehen, dass ich dann so wenig Folgen hochgeladen habe ich muss ja noch hochladen mit allen Rändern also ich habe schon noch ein bisschen was zu tun alles hält sich in Grenzen weil das zwei waren ich habe beide schwer beschädigt, oder? schwer beschädigt weiß ich nicht, schwer verletzt, Sherry Grenaden wie ich auch getroffen habe das war knapp das war knapp das war sehr knapp war eine Magazingruße her so ach du Scheiße so eine schlechte KD ich glaube da vorne in dem Haus ist wieder jemand drin oh ja okay ich bin so still, ey ich habe so lange nicht mehr aufgenommen ich muss auch bald wieder Kopfig 3 aufnehmen bla 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 so viel Hetze lol wie spät der mich jetzt abgesch- ach so, ich vermute der muss nachladen okay, das das war dumm ich bin nämlich genau in seine Schussbank gelegt tut tut fail ich habe mich genau in Silent Hedge schon reingelegt und das war jetzt sehr dumm von ihm hätte er nicht sehen müssen, dass er sich viel zu weit fliegt und auf die Sekundärwaffe verstehe ich so müssen wir uns versuchen das sind echt solche Camper immer Vorräte unterwegs was, die Königin kann ich schon lang, ne? ja, außer Treffen ja komm raus komm raus ja komm ihm nicht raus ich wisse eigentlich nicht ahm ich hoffe über die Nebengeräusche gerade nicht mehr äh, gerade nicht ach du Scheiß so, wir streiten sich wieder alle in der Lobby meinetwegen schon wieder ein Volltreffer ich bin übrigens gerade dabei, die MSFC auf Gold zu spielen wenn ich da wahrscheinlich nicht schaffne oh, rei, ihr macht's noch immer weiter kämpfen hier liegt lol ich finde eigentlich auch ziemlich geil, damit man die Waffen haben kann ohne das DLC also halt nur so, komm ach, schade ich hätte jetzt so gelacht, wäre der noch daran verrückt na okay, jetzt ist der verrückt warum sag mal, ey, dieser Shotgun Lappen Kackwurst Arsch riecht mich echt auf boi so schlimm er aus die kämpfen ja nur also nur ich mein ich mein das genauso, wie ich das gesagt hab so was die kommen kann ich schon lang, wie gesagt jetzt werd ich campen nein okay, zu spät okay, jetzt war's dann auch schon bei der ersten Runde da kommt's zwei ich muss jetzt zum zweiten wieder ich brauch fünf okay, bis dann tschau ich hab es das ich hab